Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum modernen C++. Wir wollen nochmal ein wichtiges Thema revisiten sozusagen, also nochmal besuchen, und zwar Parallelismus und Concurrency. Das heißt, wir wollen uns nochmal mit Threads beschäftigen und mit dem Nutzen eurer tatsächlichen CPU-Leistung. Jetzt ist es tatsächlich gerade so, es kommt eine neue Generation von Hardware raus, aber selbst bei alter Hardware von vor, sagen wir mal, knapp fünf bis mehr Jahren war es eigentlich auf jeden Fall schon normal, dass man mehrere Threads hatte, beziehungsweise mehrere Kerne hatte auf einer CPU. Und natürlich, wir wollen alle diese Kerne verwenden in unserer Anwendung. Das heißt, wir wollen unsere Anwendung wirklich schneller machen. Wir wollen, dass eine komplizierte Berechnung nicht nur von einem Rechenschieber quasi berechnet wird, sondern eben von allen Rechenschiebern in unserer CPU drin, so könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen. Das heißt, wenn ihr, sagen wir mal, zwölf Kerne habt oder 16 Kerne oder keine Ahnung wie viele und die jeweils noch Hyper-Threading oder sowas haben, dann können die jeweils zwei Threads verwenden sozusagen. Das heißt, ihr hättet im Prinzip die Möglichkeit, 24 oder 32 solcher Berechnungen auf einmal laufen zu lassen. Und das ist halt einfach, das ist der Wahnsinn. Das ist super, super geil, wenn wir fast, also es ist nicht eins zu eins, ja, wenn ihr alles auf einem Kern berechnet, dann ist es immer noch schneller als, also wenn ihr es auf zwei Kerne von einem Kern aufteilt, dann ist es nicht doppelt so schnell, weil ihr natürlich einen gewissen Overhead habt. Ihr müsst erstmal die Threads bauen und dann müssen die Threads noch irgendwie verwaltet werden und alles drum und dran. Aber in vielen, vielen Fällen liefert euch das einen signifikanten Speed-Up. Und das ist auch der Grund, warum natürlich bei Gaming zum Beispiel eine Grafikkarte zum Einsatz kommt. Da ist nicht nur ein Rechenschieber drauf oder 32, wie in den aktuell ziemlich leistungsstärksten CPUs, die ich kenne, sondern da sind halt einfach mal 512, dafür relativ schwache Rechenkerne sozusagen auf eurer Grafikkarte drauf. Und ja, das ist natürlich der Grund, warum eigentlich Gaming, oder sogar noch mehr als 512, das ist der Grund, warum Gaming eigentlich so unglaublich geil für Grafikkarten ist, beziehungsweise warum Grafikkarten so geil für Gaming sind. Weil jeder Pixel kann einzeln berechnet werden. Das heißt, jeder Pixel wird einfach auf einen Kern ausgelagert. Und das heißt, wenn ihr eine Auflösung habt von 1920x1080, dann könnt ihr genauso viele Kerne quasi verwenden, um jeden Pixel zu berechnen. Das ist halt einfach super geil. So, und das bedeutet, wenn wir unsere Aufgaben sinnvoll aufteilen können, auf mehrere Kerne oder auf mehrere Recheneinheiten, dann ist das natürlich auch wirklich schneller für unser Programm. Und dazu brauchen wir Multithreading. So, jetzt hier ganz kurz, Multithreading im modernen C++ ist eigentlich super einfach. Wir brauchen erstmal dieses Hashtag includeThread. Und ja, dann können wir eigentlich schon anfangen. Und im Endeffekt ist tatsächlich Multithreading hier so einfach wie in Python schon fast. Das will schon was heißen. Python ist so ziemlich die einfachste Sprache, die ich kenne. Und ja, wir bauen uns hier erstmal den Thread T. Und natürlich braucht er irgendwelche Parameter. Und im Fall von einem Thread müsst ihr ihm natürlich sagen, was er eigentlich berechnen soll. Sprich, er soll eine Funktion ausrechnen. Normalerweise zumindest. Also quasi sowas wie die Main-Funktion für den nächsten Kern sozusagen. Ihr könnt euch das vorstellen, als würdet ihr hier eine Main-Funktion übergeben. Und die soll irgendwie berechnet werden. Und dann soll irgendwas passieren. Und ja, dann verwendet ihr vielleicht auch noch das Ergebnis. Und dann kann es zu ekelhaften Dingen kommen wie, naja, Logs und so weiter und so fort. Dazu kommen wir aber in den nächsten Videos. Heute geht es nur darum, wie ihr quasi euch einen Thread aufsetzen könnt. Das heißt, wir machen hier erstmal eine Lambda-Funktion. Natürlich könnt ihr auch einen Function-Pointer übrigens reinsetzen. Das bleibt euch völlig überlassen. Also natürlich hier in unserem Fall eine Lambda-Funktion. Erstmal die lokalen Variablen, die ihr übergeben wollt, haben wir keine. Also bleibt klar. Die Parameter, die ihr übergeben wollt an die Funktion, bleibt in dem Fall auch klar. Und der eigentliche Code der Funktion. Und ja, das ist in unserem Fall absolut stumpf. Ups, stumpfen. Und wir sagen hier, hello, Thread. Oder besser gesagt natürlich, Fred. Ja, wer kennt die nicht, den Fred? So. Und hier dann ein Endline. Und ja, das ist im Endeffekt schon unser Thread. Wenn wir das jetzt allerdings starten, würde uns das einen Fehler werfen. Denn unser Programm weiß nicht, wann es eigentlich zu Ende sein soll. Also unser eigentliches Main-Programm. Ja, wir starten immer noch dieses Programm hier. Dieses Programm hier baut uns ein Thread, quasi ein Kontext für den neuen Prozessorkern sozusagen. Und ja, dort auf diesem neuen Prozessorkern soll das hier ausgeführt werden. Und der macht das quasi für uns alles. Und dann ist er fertig. Ja, dann returnt er 0. Aber das eigentliche Komplettprogramm, das beinhaltet natürlich auch die Threads. Und die Threads sind vielleicht noch gar nicht fertig. Das heißt, wir haben am Ende irgendwie so Zombie-Threads. Ja. Und die müssen erstmal noch eliminiert werden. Das heißt, wir müssen mit unserem Hauptprogramm warten, bis alle Threads sozusagen fertig sind. Und das machen wir mit Join. Das heißt, wir sagen hier, okay, wir bauen uns den Thread T. Und wir warten, bis dieser Thread zu Ende ist. Und ja, der Thread macht irgendwelche Berechnungen. Und so können wir das zum Beispiel mit 120 Millionen Threads machen, wenn wir das wollen. Ja. Und in dem Fall ist es dann tatsächlich... Oh. So. Das ist jetzt tatsächlich ein vielleicht außergewöhnlicher Fehler. Weil Threads sind tatsächlich nicht von Standard dabei, sozusagen. Also ihr müsst da quasi noch angeben, hey, ich will, dass eine externe Bibliothek, weil es eben ein Teil des Systems ist, müsst ihr angeben, ich will, dass da eine externe Bibliothek mit eingebunden wird. So. Und was ihr jetzt hier machen könnt, ist entweder... Also ihr habt natürlich hier CMake und so weiter. Das ist alles gut. Aber... Wobei, nee, wir machen das wirklich ordentlich. Wir gehen jetzt mal ins Terminal. Und dann machen wir die ausführliche Variante zuerst. So. Wir öffnen den Ordner und öffnen das Ganze im Terminal, beziehungsweise unter Windows natürlich Shift und dann rechtsklick in PowerShell öffnen. Und ja, hier haben wir jetzt die Möglichkeit, Sachen von Hand wirklich zu kompilieren. Das heißt, wir sagen hier G++. Und ja, was wollen wir kompilieren? Na ja, die main.cpp mit minus pfret. So. Und ja, wenn wir das jetzt ausführen hier, punkt slash, ähm, wie nennt sich das automatisch? A.out, wunderbar. Dann sehen wir hier ein hello thread. So, das heißt, wir müssen hier noch ein quasi Argument angeben. Hey, bitte kompilier mir doch dieses pfret mit in meine ausführbare Datei mit rein. Also, hab bitte diese Library verfügbar für mich. Und das kann ich auch in natürlich meiner IDE machen. Und ich würde euch auch empfehlen, das hier drin zu machen. Und zwar geht das jetzt über CMake. CMake List ist quasi eine, eine Art und Weise, CMake anzusprechen. Und ja, tatsächlich eine wichtige Art und Weise, wie man mit CMake umgehen kann. Denn, ähm, nun ja, eigentlich, also CMake ist nicht angenehm, okay? Ihr seht das Ganze, es ist ein bisschen kryptisch, ja? Ja, und, ähm, deswegen müssen wir hier mal ganz kurz hier uns quasi pfret hinzufügen. Und das geht über Target, Target-Bodenstrich-Link-Libraries. Wir wollen quasi eine Bibliothek mit verlinken. Naja, an welches Projekt wollen wir die denn mit verlinken? Naja, an std.tut. Das ist quasi der Name von meinem Projekt hier. Ihr seht das hier. Ähm, und hier oben übrigens auch unter Project. Das ist quasi das Projekt, an das ich das reinlinken möchte. Und, naja, wie heißt die Library, die ich verlinken möchte? Achtung, kein Komma oder sowas. Ein Leerzeichen. Es ist nicht wie C, es ist eine komplett eigene Sache. Ihr braucht doch kein Semikolon oder sonst irgendwas. Dazu werde ich noch eine separate, ähm, naja, separate Videos machen, weil das Ganze kann sehr, sehr groß und sehr, sehr komplex werden, wie man das eigentlich alles kompiliert. Weil man natürlich auch für verschiedene Systeme kompilieren möchte. Und, ja, dazu braucht man eben CMake. Aber, wie gesagt, das ist jetzt hier nur das Nötigste. Ähm, dazu will ich hier gar nicht mehr machen. Wir machen jetzt hier Multifreading erstmal. Aber wir wollen reinlinken P-Thread. Und, ähm, ja, dann müssen wir natürlich am Ende die Changes neu laden. Also alles, was wir geändert haben, muss neu geladen werden. Und wenn ich jetzt das Ganze starte, sehen wir hier, ich habe plötzlich Zugriff auf meine Threads. Das heißt, Hello, Hello, Thread wird ausgegeben. Oder Hello, Fred wird ausgegeben. Sprich, mein Thread ist jetzt aktiv und ich konnte den richtig ansprechen. So, und ja, das ist die Art und Weise, wie man Threads in C++ benutzt. Das ist eine sehr, sehr einfache Art und Weise. Wir werden das allerdings natürlich noch im Detail behandeln und was man da alles beachten muss. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.